Ja hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mit euch heute das Thema Farbe mischen klären. Ich habe einige Fragen dazu bekommen und da möchte ich einfach in diesem Video mal drauf eingehen. Ich bin der Pierre vom Tattoo Studio Ink Area. Ja wir reden hier hauptsächlich über bunte Farben. Ja über das Black & Gray Mischen habe ich glaube ich schon ein Video gemacht. Falls nicht schreibt es mal in die Kommentare, dann hole ich das gerne nochmal nach. Aber wir reden heute über bunte Farben. Ich glaube der ein oder andere hat schon seine Erfahrungen mit bunten Farben gemacht und die sind vielleicht bei dem einen erschreckend gewesen und bei dem anderen hat es vielleicht gleich funktioniert. Auch der Glaube über bunte Farben, das ist ja auch so. Also ja Instagram und Co. suggeriert uns ja, Mensch kauft diese Farbe und du wirst diese Bilder machen. Lasst euch nicht immer gleich blenden. Schaut einfach mal, nehmt so ein buntes Tattoo, was ihr dort seht. Nehmt das Bild und zoomt das mal rein. Schaut mal ob ihr da noch irgendwelche Hautporn zu sehen sind oder irgendwelche Leberflecke und so weiter oder ob die Haut überhaupt noch eine Struktur hat. Falls das nicht so ist, lasst es euch nicht. Ja, ich kenne das Gefühl selber, man schaut sich bei Instagram und Co. um und man hat irgendwie das Gefühl, man kann gar nichts. Aber heutzutage ist es ja so, es gibt Filter für alles. Ja, ich kann auch aus mir einen 20-jährigen knackigen Südländer machen, nur mit einem Filter. Also glaubt auch nicht immer alles, was euch da so gezeigt wird. Das nur mal so ein Tipp am Rande. Am Ende kochen wir alle mit Wasser. Aber weiter im Text. Bunte Farben. Es ist völlig egal, welchen Hersteller ihr euch da nehmt. Ob es nun Vikings Farben sind, ob es World Famous Intense oder Raw Pigment. Ihr habt immer irgendwelche Farben dabei, die sind dick wie Honig. Vielleicht nicht gleich, aber wenn ihr die drei, vier Mal geöffnet habt und habt Farbe davon genommen, dann wird sie halt immer dickflüssiger. Das ist einfach so. Und es gibt keine Farbe, wo das nicht ist. Hauptsächlich ist mir das aufgefallen bei Farben, die aus reinen Pigmenten hergestellt werden, also aus Pulver. Dort ist mir das schon öfter aufgefallen. Aber es gibt ja auch Farben, die werden einfach, dort wird sich Grundfarbe gekauft und dann werden da diese Farbtöne zusammen gemischt. Dann kommt noch Lösungsmittel oben drauf und dann habt ihr eine Farbe. Diese haben aber oftmals einen ultra hohen Weißanteil. Und wie schwer Weiß in die Haut geht, das wissen wir nur alle. Ich bevorzuge immer Farbe, die aus rein Pulver hergestellt wurde. Das sind zum Beispiel Intense, World Famous, dann Raw Pigments. Da gibt es sicherlich noch andere. Aber das sind so die Farben, die ich kenne, mit denen ich oft arbeite. Die Intense Farben hatte ich vor der Reach eigentlich so gut wie gar nicht genutzt, weil ihr habt euch dort eine Farbe gekauft. Und in 14 Tagen später kam dann ein Rückrufschreiben, dass diese Farben wieder irgendwelche Inhaltsstoffe nicht akzeptieren. Und deswegen kommen die wieder runter vom Markt. Das ging mir alles ein bisschen zu hin und her. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der neuen Reach abgeändert wurde. Ich vermute es einfach mal. Intense ist wirklich eine super gute Farbe. Aber ich nutze sie halt nicht. Ja, die letzten acht Jahre oder so war World Famous mein Favorit. Ich habe damit super gern gearbeitet. Es ist eine sehr schwierige Farbe. Oftmals täuscht man sich. Man denkt einfach, man bekommt überhaupt keine Farbe rein. Dann ist die Chance immer wieder rein, immer wieder rein. Und man irgendwann platzt die Haut. Und dann nach einer ganzen Weile ist die Farbe auf einmal doch da. Also World Famous ist schon eine Farbe mit Tücken. Wenn ihr Lust habt, kann ich da gern mal ein separates Video zu machen, wie ich World Famous Farben einarbeite, dass es trotzdem funktioniert. Ja, mein absoluter Favorite momentan ist Raw Pigments, aber auch nur die bunten Farben. Die schwarzen Farben gefallen mir überhaupt nicht. Ist von Blowout und sie heilen mit einem Blauton ab. Das mag ich alles nicht so. Deswegen nutze ich sie nicht. Ich habe dazu auch schon ein separates Video gemacht. Da könnt ihr, ich verlinke euch das irgendwie in die Infobox. Irgendwo ist sie denn jetzt hier oben oder da. Irgendwo da. Da könnt ihr euch das Video nochmal anschauen zu den Raw Pigments. Ja, jetzt nachher gleich in dem Video. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Da gehen wir auch gleich hin. Zeige ich euch, wie ich bunte Farbe, wenn sie doch sehr dick ist, wie ich es anmische. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Entweder verdünnt ihr sie direkt im Topf oder ihr verdünnt sie mit der Maschine. Beide Varianten kann man nutzen, funktionieren auch. Ich nutze einfach nur eine Version und die zeige ich euch jetzt. Also, kommt mal mit. Ja, da sind wir bei mir am Tisch und nun will ich euch mal zeigen, wie ich das so handhabe in der Regel. Also, ich nutze für bunte Farben meistens die Ölva Farbtöpfe, weil das reicht eigentlich aus. Ich arbeite meine bunten Farben meistens nicht größer mit den Magnums wie eine 13er, 15er und die passt auch immer noch gut in die Ölva Farbkappe rein. Und nun zeige ich euch mal zwei Möglichkeiten, wie ihr eure Farbe mischen könnt, also verdünnen könnt. Wir haben hier eine Farbe, die ist wirklich super dick. Ja, man kann das richtig schön sehen. Das kann man so einfach nicht verarbeiten. Also, welche Möglichkeiten haben wir? Ich fülle einfach mal zwei ein. Müssen wir ja nicht ganz voll machen. Eine Möglichkeit haben wir. Wir nehmen Shading Solution. Hier ist schon Shading Solution drin. Kann man hier ein bisschen sehen. Wir können die nehmen und können die hier einfüllen. Wir machen einfach so zwei, drei Tropfen oben rauf. So könnten wir das tun. Dann können wir einen Farbmixer nehmen. Die gibt es übrigens bei mir im Shop. Und könnten die Farbe einfach etwas anmischen, so dass sie etwas flüssiger wird. Ich mache das nicht so. Ich mache das nämlich direkt mit der Maschine. Also können wir eine ganz normale Nadel nehmen. Das ist übrigens die Maschine, die ich gerade repariert habe. Das Video dazu ist bei YouTube drin. So, wenn ich jetzt solche dicke Farbe habe, dann gehe ich meistens hier rein, nehme mir die Farbe auf, so gut es geht, und gehe dann einmal kurz hier rein. Und schon habe ich automatisch dünnere Farbe, mit der ich wunderbar arbeiten kann. Das ist eigentlich das komplette Hexenwerk dazu. Und umso dünner, umso mehr gehe ich da rein. Also nehme ich mir die Farbe auf, gehe einmal kurz hier rein und fange an, sie einzuarbeiten. Wenn ich merke, es ist mir nicht dünn genug, dann tauche ich halt zweimal ein. Oder wenn ich merke, oh, sie ist doch sehr dünn, dann tauche ich nur ganz kurz ein. Das kann ich halt einfach variieren, indem ich kurz reingehe oder ich gehe etwas länger rein. Und mein Farbtopf, der bleibt 100% so, wie er vorher war. Ja, wie gesagt, alle Artikel bekommt ihr natürlich auch bei mir im Shop. Ich habe jetzt seit neuestem auch die Inket Army Kappen. Die hängen ja auch bei mir an der Wand. Die Kartons sind noch eine ältere Version. Ja, die Shading Solution, die Farbmixer und so weiter gibt es alles bei mir im Shop. Den Shop, den verlinke ich euch unten unter der Videobeschreibung. Und sage hiermit wieder, wie immer, macht's gut und bleibt gesund.